Ja, das klappt! Hallo Kinder, willkommen zu Andi's und Levis Kinderkanal. Und so Freunde, für euch haben wir etwas Besonderes mitgebracht und zwar Boom Boom Bubbles. Genau, ein Spiel ab 5 Jahren geeignet von Flash Toys. Genau, Seifenblasen. Spiel mit Seifenblasen. Hast du schon gesagt ab 5 Jahren? Ja. Aber hier ist es ganz anders. Die Seifenblasen, die platzen nicht, sondern man kann die anfassen. Man kann die anfassen, werfen, jonglieren und das alles mit dem Handschuh. Gut, dann wollen wir mal das Ganze mal auspacken. Erstmal schauen wir, was wir alles dabei haben. Also ein Handschuh. Ein Handschuh. Okay, das ist nur einer, ist nicht zwei. Dann haben wir so ein Röhrchen hier. So ein Rohr. Und natürlich Seifenblasen. Also die Seife dazu. Und so ein Behälter, man kann hier dann halt Zeitverlein tun. Nein. Das ist weiß. Oh, es ist ja schon ab. So. So. Stopp nicht, du hast zu viel. Okay, so ist das gut. Und dann muss man die mit diesem Röhrchen ein bisschen rein tupfen. Und dann von oben reinpusten. Lass mal los. Ein bisschen loslassen. Lass los. Oh. Ihr müsst loslassen. Jetzt. Jetzt so einfach. Bei Levi's hat es geklappt. Ah. Ah. So, jetzt versuche ich es. Ja. Geschafft. Man muss aufstehen damit. Das klappt. Guck. Angelika, du musst aufstehen. Bei dir klappt das nicht? Nein. Ich glaube, du musst aufstehen, ja. Angelika, du musst du eigentlich also lassen. Und jetzt bist du, glaube ich, nach unten oder so. Man kann so hoch. Nee, eigentlich war das Laster, fällt von der Laster. Du hast auch. Ja. Ja, 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 ja. Ja, Levi's hat eins. Cool. Nein. Das klappt. Hopp. Jetzt klappt das. Du hast auch nicht in die Augen. Jetzt. Levi's hat wieder eins. Ja. Cool. Oh, der fliegt weg. Oh, der fliegt weg. So, ich merke jetzt. Du musst aufstehen. Jetzt mach das ab. Jetzt mach das ab. Ja. Warte. Oh. Oh, du musst weiter. Und? Oh, Mann. Oh. Was soll ich hier jetzt? Wer ist? Wir haben den Dreh noch nicht raus, aber... Wer ist? Ja. Mach noch ein bisschen so nach unten. Hm, dann geht das ganz gut. Hm. Aber damit... Ah, Levi's hat es geschafft. Cool. Oh, Mann. Kleinere sind stabiler als die Großen. Ja. Weil die Großen Platz sind noch verschwärts. Aha, Levi's hat wieder eins. Levi's? Oh. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt? Ja. 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 Hier, noch eine. Oh nein, die ist weg. Ah, ich stehe. Oh, die sind genutzt. Levi's? Guck mal. Nee, die. Nochmal. Das ist ganz toll. Aber das ist nicht so stabil. Das ist nicht so stabil. Die klein sind, aber stabil. Stabiler. Stabiler. Wie bedeutet das nicht? Jetzt kommt zusammen. Hier. Oh, Mann. Komm, wir versuchen es mal drinnen, oder? Drinnen? Warum? Levi's, komm mal. Komm mal. Oh, die, 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 die. Ja, Mann. Das ist nichts. Okay. Ich dachte, das ist ein bisschen stabil. Bitte, Leute. Ich glaube, ich habe das jetzt raus. Ihr müsst ein bisschen, also wenn ihr pustet, dann müsst ihr bis nach unten, so wie Levi's das gemacht hat. Genau. Und dann kommt ihr raus. Genau. Ah, guck. Ah, guck. Cool. Cool, die klebt bei der Schädel. Vielleicht kannst du die jetzt sehen. Wirklich? Kann ich das? Nein. Mach mal du jetzt eine. Levi's, mach mal jetzt. Okay. Mach mal zwei Stück. Okay, warte, gib mal. Gib mal den auch. Der ist nicht schön. Cool. Jetzt mache ich es mit meiner Schwester. Ja. Es klappt. Oh. Ich glaube wegen dem Wind. Oh, doppelt. Oh, doppelt. Nein, 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 bleib hier. Ich muss jetzt hier. Es ist weg. Oh, Mannu. So sieht das Ganze hier aus, wo wir leben. Oh, ein riesiges. Oh, Platz. Oh, Platz. Oh, eine Blume. Hey, komm her. Warte, ich mach noch mal. Das kann man sogar formen. Die klebt sogar hier. Das sind kleine, mehrere zusammen. Oh, komm her. Nee, guck her. Noch einen. Noch einen. So, jetzt mach ich die mal zusammen. Lass sie lassen. Nein. Achso, okay. Wow. Aber bei mir platzen die. Oh, kaputt. Hier ist eine ganz kleine. Oh, das rutscht bis zu meinem Arm. So, komm mal, versuch mal noch ein paar. Okay. Nein, nicht so. Normale. Warte. Eine Blume. Die ist groß. Das sieht ja schön aus. Pass auf. Und? Tu die mal da hinten dazu. Tu die da zu. Wow. Noch eine. Ja, wir versuchen jetzt einen Riesen zusammen. Oh, oh, oh. Nein. Ah. Der andere ist auch kaputt gegangen. Auch kaputt. Aber die nicht. Die ist so schnell. Mach dann mal wieder so. Wow. Komm, komm, mach mal ein riesengroßes. Wow. Wow. Guck mal, jetzt krieg die weg. Wow, wow, wow. 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 So eine große wird, so eine kleine. Hier, Angelika. Äh, Andy. I, 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 i. Noch eins. Oh. Nein, ihr bleibt hier. Oh, Mann. Du musst dann ein bisschen hier, weil da ist ja zu viel Wind. Bisschen näher hier ins Balkon. Und? Ui, 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 ui. Hier ist einer. Oh. Ja, das macht doch normal. Aber das sieht so cool aus, Mann. So, jetzt versuchen wir es mal in der Wohnung. Es sieht aus, wenn ich den Topf mache, dass er gleich sauber ist. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ich glaube, dass bei mir nicht guckt, du guckst, du guckst, du guckst, du guckst. Du guckst, du guckst, du guckst. Du guckst, 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 du guckst. Gut. Hat das euch gefallen? Ja. Nur, dass es nicht so geklappt hat. Hm. Am Anfang. Ja. Oh Mann. Na? Ich bin zauber. Doch nicht mit den Mannschuhen. Ich tue das Ganze weiss. Können wir wie das aussieht? Waschen, Boden waschen. Okay, gut, Freunde. Wir kommen zum Schluss. Macht den Daumen hoch. Abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.